Im Kern ist meine Erkenntnis, die in dem Maß, wie ein Mensch sich seine inneren Bremsen lösen lässt, gewinnt er automatisch an Klarheit und die Art und Weise, die ein Mensch vielleicht jahrelang versucht hat, um seinen Werten auf die Schliche zu kommen, um seinen Zielen auf die Schliche zu kommen, dann plötzlich greift das, plötzlich gibt es tatsächlich mehr Klarheit. Das bedeutet aber nicht, man ist sozusagen über Nacht erleuchtet, sondern dieser Prozess braucht im Regelfall unter professioneller Anleitung wohlgemerkt, Wochen bis Monate, manchmal auch über ein Jahr und oder aber. Aber was ein Mensch dann hat, das ist etwas, was ihm kein Mensch und kein Schicksal auf dieser Erde wieder abnehmen kann. Weil dieser Mensch, du, der hat dann die ultimative Klarheit über seine Werte.